Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play mir davon ab, wo auch weiter bla bla bla, das kennt ihr alle schon, weitere Runde Team Deathmatch, Somalia-Festung, ja, und es wird langsam echt langweilig alleine, und ich habe nur noch zwei Möglichkeiten, entweder höre ich auf zu spielen, oder ich hole mir noch jemanden dazu, was meinst du Lukas? Lukas? Kannst du wirklich? Nein, ich bin da, ähm, ja, ich denke mal, du holst jemanden dazu, wenn ich will zocken jetzt. Und das, aah, ich hab einen getötet! Hast einen getötet? Alter, weil mir lädt das noch, du Sau. Ich bin schon drin, das lädt, das ist ne Lüge, das lädt noch. Ich hab Granatwerfer. Sag einfach, das lädt noch, damit die glauben, das lädt wirklich noch. Ne, ne, ne. Dass ich ne schnelle Internetverbindung hab. Ich hab nur noch 65 Health. Na, leid genug, gut. So, jetzt komm ich aber rein, Gott sei Dank. Ah, jetzt muss ich nicht mehr, jetzt muss ich nicht mehr so viel reden, alleine. Im Single-Play-Fan ist ja schon grausam, aber hier, hier ist es noch schlimmer. Ich schmeiß dir erstmal so ein komisches Ding da hin, was denn das? Kann man das kaputt machen? Ja, EOD, 500-Punkt-Ray, was hab ich bekommen? Na! Da sind sie! Ich hab noch einen gekillt, cool. Also eben hab ich ja richtig abgelost, aber jetzt... Ja, sowieso richtig killen. Da ist der Schwede, der Notch, gestorben! Woah! Nein! Er wurde geblendet. Jo, von mir. Wer hat verschiedene Granaten, als Pro-Klasse. Oh, ich hab ja auch eine Granate. Ja, jeder hat eine Granate. Komm doch an, welche Klasse du hast, dann hast du verschiedene Granaten. Na, ich bin Schwede. Ich bin Notch. Ich hab die Notch-Pick-X. Notch-Tomahawk. Alter! Ich hab' mir die Hochleistungsmunition im Arsch. Ich mach' dich down. Oh. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ja, worauf warten wir denn? Leu... Worauf warten wir denn? Ne, 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 ne. Oh, ich kann mal nicht durch Wende schießen. Komm doch an. oh ich treff ja geil mach mir erstmal mein ganzes bild ganz blind wurde ich geblendet ich habe eigentlich gekillt und bin noch nicht tot ich habe noch 20 hilf hilfe magnus ja gleich dich selber du sau ich werde mich in tot wie kann ich denn dein Granatwerk auch her auch ein Granatwerfer zu kraft oder ich hab doch nicht gelegt ich hab so viel gelegt bei dir kann so gut auf und anrufen meine Waffe muss halt gucken welche Tasse wissen ich hab auch nichts feindliche Drohne hat euch erfasst Atlas boah man wird nicht kack jetzt voll ab Optik wie kann ich den denn jetzt dran machen was wovor kannst du mir dran machen den hast du doch sowieso schon den hast du schon das ist dein Zusatz den hast du die ganze Zeit die ganze Zeit ja sorry deutsches Chaos Kack kam in mir bitte was was heißt denn das da links oben boah ja ich hab ihn gekillt du Sau ich kämpfe damit 870 MCS Mama Micky Maus auf der Map gefällt mir die Grafik deutlich besser muss schon sagen mit der anderen da war die ja wirklich ein bisschen verkackt das klingt so verkackt aus ne Radarstörsender Nebelwand boah boah ich mach mal 4 in einem Radarstörsender ist immer besser obwohl Nebelwand Nebelwand ist auch geil ich weiß nicht aber ich benutze die selten der ist Level 62 hm ich wurde grad von dir mit Level 62 gekillt ja lass ihn doch wenn er Spaß dran hat ich tu mal deinen Buddy versorgen ah ne geht nicht ich heil dich mal du Sau ach doch Buddy heilen ah kacke ja ich tu dich weiter versorgen komm her komm her danke man ja bitte ich treff den überhaupt nicht lol Aua ja der hat nen Shotgun hä lol alter hm 2 6 Mama ich hab sieben Kills gemacht bin ja nur viermal gestorben das ist ja richtig cool die ab du musst aufnehmen hab ich gehört läuft fanate alter ja genau bombletmörser jetzt gehts wieder los alter wurde ich richtig fett abgewogen es geht wieder vor ja immer wenn ich dann dazukomme ne ne ich hab auch vorher schon abgeloonst das bähm bähm und gemessert wie kann es das denn das Messern hier ist geil na gut Tomahawk nass uns sagen 5 so nebelwand mach ich mal hier so nebelwand hier so einfach mal so hin ach du Sau hast du schon wieder was Alter ich will auch was haben Mann hier was für ne geile Nebelwand Pass mal auf jetzt kommen hier die Flugzeuge das ein Helikopter ja die Helikopter sind immer kacke drauf musst du drauf passen ach Mann das gibts doch nicht so eine loll der ist feitlich verschwunden der ist unsichtbar so ne verhute Mistkappe alter andere Waffen jetzt heißt das hier soo los Lars kann man den ach das ist ein Transporter da loll wurde der gerade abgeschossen was wäre wohl abgeschossen der Transporter ja ich find's gut dass man das beim Hunde kratzen ja uah toll ey Mann 3,9 ey leck mir doch die Eier kein bock auf den Scheiß naaa ein Beispiel an mir das ist meine zweite Runde ja meine zweite Runde ja meine zweite Runde ich hab 10,6 mal KALACHE boah das Game frustet mich jetzt schon BAM BAM Mann das gibts doch nicht was ist denn da los Mann ich könnte kötteln NEIN Alter mit diesem Wollhack ist ja mal richtig cool ne also ich könnte abreihen ey er renatzt mich dann wie eine Granate boah Alter das ist ne richtige Frustrunde ich darf mal eine Granate machen das ist meine erste BAM das ist meine erste Frustfolge dann ja pisch ja die anderen liefen eigentlich ganz gut immer Aua 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 wieso müssen die alle zusammen sein die verfickten Huresöhne Oh 60mm Mörser Oh da würde ich viel schnell weg werden so leck mir die Kugel weil die Kugel weil ich den angeguckt hab wie du ihn gekillt hast hab ich Punkte bekommen Nein weil ich nicht da stehen 2 ja ich hab nur einen genutzt nee weil ich jemanden getötet hab man kriegt dann immer äh Bodykill das ist sowas wie das Ziel zur Abschlussserie dazu dann Eeeeeee Aua das ist doch weh soo kein Bock hier Schoddy Power BAM KILL Ja Mann danke du hast mir was geschenkt Aua tot Aaaaach komm Weißt du was ich jetzt mach Weißt du was ich jetzt mach ich mach jetzt was nicht geilen ich starte jetzt erstmal ne Drohne Wuuu Drohne gestartet Aua 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 das war ein Pumpgun nu Ey Pumpgun Nubi ey Aua 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 A echo Das war so ein Modellzeug da ne ja man nimmt in die Hand und dann wirft man die los geht aus der Gefahrenzone kill den kill den kill den aua wurde vom Sniper abgekallt klink 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 bei mir standen sogar noch die ganze Zeit hast geschossen das ist ja auch mal geil ich spawn da wo die Sniper alle hocken was ist das denn mega leck bei mir nicht pass auf da hinten sind überall Sniper ach mei laber nicht habe ich ja noch gar nicht gemerkt wir wollen Snipern das können sie haben BAM kommt Kerberos 147 Snipern da mache ich gerne mit ist das die ja das ist er BAM wie hoch dann kann ich nicht mehr da kommt wieder so ein Blackhawk ah da ist ein Spreng da so eine krummische Falle kann ich die irgendwie abschießen alter leck mich die Eier hm ich hab mich schon die kommen ungefähr in deine Richtung 13 13 13 13 13 13 13 So, dann lasse ich dir nochmal meine Punkte ansehen, die paar, die ich gemacht habe. Da waren ja nicht mehr viele. So, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschaui. Tschüss. So, da sind wir wieder. Weiter geht's. Wir gehen rein, schlampfen. Guck mal, ich bin voll der Panzer, Junge. Guck mal, guck mal, guck mal. Da vorne, da. Bam. Lukas, geh nicht so schnell. Hallo, ich kann nicht so schnell nach. Alter. Wo sind die denn? Jetzt sind sie wieder unten. Da kommt einer hoch. Aua, ich bin tot. Ich bin nicht nett. Dank deinem Buddy bereit machen. So, neuer Waffe. Mal gucken. Auf den Ausfall bestätigen. Einzeltart. Blablabla. Blablabla. Jetzt wird laut. Jetzt wird laut. Wir tragen den Kampf zu uns. Wir tragen den Kampf zu uns. Blablabla. Das ist nicht für ein hübsches Ding. Hast du so ein hübsches Ding? Loil. Sag mal, wie wenig Schuss braucht. Ich bin zu ihm. Leicht genutzt. Ein Schuss Eintreffer. Loil. Was war das denn? Ein fast? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, ich habe einen gekillt. Wow. Ich bin geflasht. Ich habe ihn getroffen. WDF hat sich hinkgelegt. Wie kann man sich denn hinlegen? Oh Gott. Scheiße. Ah, hier ist ja richtig geil. Ah, hier gibt es richtig geile Basis zum Snipern. Das habe ich ganz vergessen. Hi. Oh, hier ist eine Tür. Oh, das ist einer von mir. Nein. Äh, los. Fuck. Und da habe ich einen gemessert. Mensch, das ist ein Tomahawk, du Hawk. Du Hong. Sag Tomahawk. Ich mag ihn noch nicht. Tomahawk. Ich tue es halt. Ich sage halt Messern. Ich bin mir halt gewohnt. Es ist leid. So, ein Sauerstück. Alter. Was ist das? Sag mal, wie kann der Quickscopen? Wenn sie überhaupt kein Quickscopen, ist von Hartscope in Garantie. Ich bin da so rausgekommen. Und direkt. Dann war es aber trotzdem kein Quickscope. Ja, der hat sich ja umgelegt. Boah. Das ist einer von uns. Der Schoss im Anflug. Der Schoss. Da drüben. Alter, leppi. Nochmal. Alter, das gibt es doch nicht. Die kommen ja von überall. Die kleinen. Auau, 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 aua, 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 aua. Auau, aua, au. Auau, aua, 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 auau. Nochmal, das tut weh. Toll, ey. Aufnahmeabbruch. Nämlich trotzdem jetzt noch die Aufnahme. Ist mir jetzt egal. Habt sowieso nicht viel verpasst. Ist ja nicht so schlimm, als wär's bei Stormy oder so. Hier ist halt ja... Wach! Alter! Leck mich! Ja, reck du Sau. Alter, wir haben ja alle nicht verdient zu leben. Es geht los, Jungs. Es geht los, Jungs. Sag halt's Maul, du Schwäge, du Schwäge, du Schwäge. Fettsack. Ich will mir leid, Schwäge. War nicht so gemeint. Holen wir sie uns! Ich hab mal geguckt, ne, beim Multiplayer-Part von einem, von dem einen, ne, vom Ersten, ne. Da haben... oder von... ne, nicht von dem Ersten. Ich weiß nicht von welchen, ich weiß nicht mehr. Von irgendeiner auf jeden Fall. Da haben... vier Amerikaner sogar zugeschauen... zugeschaut. Wie? Hier? Ja. Beim Melophon haben vier Amerikaner. Ja, auch. Vorhin hat... hat uns eine Tusse abonniert. Oder... keine Ahnung wer das... Die hatte ich auch nicht... Auf dem Kanal ist ein Bild von einer Frau. Kann ja so vieles bedeuten. Ähm... Ne, und... Der, die, das... Der... Hat... äh... Singleplayer 04 positiv bewertet. Na dann abonniert. Find ich gut. Bäm! Aua! Man kann der Kanadier, was der Schwede nicht kann. Tja... Was können die bei... ja... Aktionsbelobigung. Schwierig zu sagen. Mh... Wir verlieren. Kann das sein? Ja... Und zwar richtig fett. Die Kanadiers unter mir explodiert. Pfff... Ah... Gott, ey. Dampfer Arsch ist weggeflogen. Salute halt. So, genauig. So, Buddy spawn. Ja. Nein! Rakete ist enthoben! Was? Rakete? Wo? Was? Was? Rakete? Rakete? Was? Wie? Mission gescheitert. Verwundete Bergen und zurück zur Basis. Und wie sie sich rumschubsen, ey. Ja. Ist das so dumm. Da sehen die Koreaner aus wie... Äh... Da sehen die Amerikaner aus wie Koreaner. Ist auch komisch. Wer weiß. Vielleicht sind die Amerikaner auch Koreaner. Ja, genau. Genau wie die ganze Familie. Alle getarnt. So. Was? Team Deathmatch schleift da. So, ich würd sagen, wir gehen mal von dem Server runter und nimm mal einen anderen Mod. Okay. So. Dann würd ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mal. Mal.